Hey Leute und herzlich willkommen zurück zur Netzwerktechnik. Heute geht es ganz kurz um die Begriffe Simplex, Duplex und Halbduplex. Und ja, was wir heute machen wollen ist eigentlich eine Vorstufe zur Schicht 1, denn eure Leitung kann entweder Simplex, Duplex oder Halbduplex sein. Und diese drei Begriffe müssen wir natürlich davor mal klären. Heutzutage werdet ihr eigentlich hauptsächlich Duplexleitungen finden, aber wenn ihr die dann genauer unter die Lupe nehmt, also quasi aufmacht und euch anguckt, was da so drin steckt, dann kann es passieren, je nach Leitung auch mal, dass ihr Simplexleitungen drin findet oder Halbduplexleitungen oder wie auch immer. Und deswegen klären wir das ganz kurz, was da so passiert. Noch ein kleiner Disclaimer, ich werde wahrscheinlich zur Schicht 1 nicht so viel machen, wie man machen könnte, weil Schicht 1 ist sehr E-Technik lastig und ich bin Informatiker, deswegen habe ich davon nicht die Ahnung, um euch das wirklich alles perfekt beizubringen. Ich werde aber so viel machen, wie ich irgendwie weiß. Gut, also wie gesagt, irgendwelche Signaltechniken oder sowas, warum da jetzt ein Rauschen auftreten kann, das kann euch wahrscheinlich ein E-Techniker besser erklären. Okay, aber zurück zum Thema, was ist Simplex, Duplex und vor allem was soll diese Striche hier und was ist das? Das ist ein sogenanntes Weg-Zeit-Diagramm. Wir sagen, der Sender ist vom Empfänger einen gewissen Weg entfernt. Das hier ist sozusagen mein Weg von A nach B, also von Sender nach Empfänger, eigentlich von S nach E, aber egal. Und jetzt sagen wir hier, der Sender schickt Daten los auf meinem abstrakten Übertragungsabschnitt, sprich meinem Kabel oder Wi-Fi oder Bluetooth, wie auch immer, halt auf Schicht 1. Er schickt Daten los und die brauchen eine gewisse Zeit, bis sie angekommen sind. Deswegen zeichnen wir die Pfeile nicht ganz gerade rüber. Dann würden sie nämlich keine Zeit verbrauchen, sondern wir zeichnen sie so ein bisschen nach unten. Das bedeutet, A, wir haben jetzt gerade ein bisschen Zeit verbraucht. Also nach unten hin ist quasi Zeit und nach rechts ist der Weg. Ja, das ist eigentlich alles. Und jetzt zurück zu Simplex, Duplex. Simplex bedeutet, ich kann nur in eine Richtung schicken, sprich das geht, aber mein Empfänger kann niemals zurückschicken auf dem Kabel. Es geht immer nur in eine einzige Richtung, sprich der Sender kann hier so viel schicken, wie er möchte, je nachdem wie viel halt seine Leitung hergibt. Aber der Empfänger kann niemals auf diesem Kabel antworten. Während Halbduplex, oder fangen wir mit Duplex an. Duplex bedeutet jetzt, mein Empfänger kann, also Vollduplex bedeutet, mein Empfänger kann jederzeit auf demselben Kabel irgendwelche Daten zurückschicken. Es kann mal sein, dass die ein bisschen länger brauchen. Es kann auch mal sein, dass eine Einheit eine andere überholt, obwohl sie später losgeschickt wurde. Das kann übrigens auch beim Sender passieren, dass wir hier zum Beispiel eine Dateneinheit losschicken und die ist vor der anderen da. Das kann alles passieren. Aber Duplex bedeutet jetzt einfach bloß, mein Empfänger kann auf demselben Kabel wieder Daten zurückschicken. Und zwar unabhängig, ob der Sender gerade was schickt oder nicht. So, was mich zu dem größten Unterschied bringt, ob der Sender schickt oder nicht. Das ist nämlich der Unterschied zu Halbduplex. Halbduplex bedeutet jetzt, ah, der Sender, wenn der schickt, dann hat der Empfänger die Schnauze zu halten. Das heißt, wenn wir hier was schicken, wenn wir was schicken vom Sender her, dann kann der Empfänger nicht antworten auf dem Kabel. Also quasi wie Simplex. Wenn der Sender jetzt aber die Klappe gerade hält, dann kann mein Empfänger auch mal antworten. Das heißt, ich habe hier so ein Hin und Her sozusagen. Und wenn jetzt diese Dateneinheit beim Sender angekommen ist, dann kann auch der Sender wieder schicken. Aber sie dürfen niemals gleichzeitig schicken. Sprich, das würde gehen, wenn ich jetzt hier ganz kurz nur brauche, bis meine Dateneinheiten vom Empfänger beim Sender angekommen sind. Dann kann ich hier auch noch kurz eine Dateneinheit rüberjagen. Aber wenn der hier zu lange braucht, so lange darf der Sender hier nicht schicken. Der muss dann warten, bis die Empfänger-Dateneinheit auch wirklich angekommen ist. Und dann darf er wieder schicken. Und dann kann auch der Empfänger wieder antworten, wenn der Sender fertig ist mit Schicken und so weiter und so fort. Also es geht immer so hin und her. Aber niemals überkreuzen. Wohingegen bei Vollduplex kann sich überkreuzen, was möchte. Okay, jetzt wo kommt was zum Einsatz? Irgendwelche Sensoren sind eigentlich immer Simplex gerichtet. Das heißt meistens irgendwelche, keine Ahnung, Feuermelder oder sowas sind normalerweise immer Simplex gerichtet. Und das Telefon ist zum Beispiel Duplex. Euer Internet ist normalerweise auch Duplex. Ja, solche Dinge. Okay, das war es von meiner Seite eigentlich auch schon wieder. Ich hoffe, ihr habt das alles verstanden. Ansonsten schreibt mir Kommentare und so weiter und so fort. Like das Ganze, teilt es und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann. Ciao.